Gerald Marzenell bei mir, Mr. Bundesliga und jetzt auch Mr. Deutscher Meister. Wie war die Meisterschaftsfeier bisher? Das war ein Traum. Wir haben gestern einen ganz, ganz tollen Tag erlebt in Grefeld, Dramaturgie pur, haben am Ende die Meisterschaft geworden, haben die ganze Nacht gefeiert, haben ein ganz tolles heute noch gegen Köln gespielt, ein tolles Spiel und sind am Ende wirklich einfach nur glücklich als Deutscher Meister in diesem Jahr. Die Mannschaft hat es auch verdient. Die Mannschaft war einfach phänomenal und mit einer Riesenstimmung, mit einer Riesenkameradschaft und dieses Jahr hat sich die Geschichte vom letzten Jahr nicht wiederholt, als wir knapp verloren haben. Dieses Jahr haben wir es geschafft. Und wie sieht der weitere Plan aus? Jetzt wird erstmal natürlich gefeiert und dann wird wahrscheinlich in so ein, zwei Wochen geht es dann schon an die Planung für nächstes Jahr, um vielleicht sogar wieder ganz hoch hinaus zu gehen. Ja, also wobei in ein, zwei Wochen noch nicht. Wir werden jetzt erstmal hier alles aufräumen, sauber machen. Das dauert eine Woche in etwa und danach wird auch ein paar Tage Urlaub sein. Das muss einfach sein. Die meisten Jungs gehen in die USA und dann werden wir dann so Ende August, Anfang September, werden wir dann anfangen für nächstes Jahr zu überlegen. Aber der Stamm der Mannschaft wird so zusammenbleiben. Das haben wir schon in der Umkleide alles besprochen. Da wird sich nicht viel ändern. Warum sollen wir was ändern, wenn man so eine tolle Mannschaft hat? Und alle sind noch jung, oder fast alle sind noch jung. Und ja, das bleibt einfach so. Und wir versuchen, das so weiterzumachen. Wir wollen im nächsten Jahr den Zuschauern in der Region wieder so Tennis zeigen, wie auch dieses Jahr. Macht es auch stolz, dass man so einen tollen Kader zusammen bekommt hier in Mannheim und die Spieler dann auch immer in Mannheim bleiben und einfach so stolz darauf sind, auch für Grün-Weiß spielen zu dürfen? Ja, das macht einem auf alle Fälle stolz, denn es ist nicht normal. In den meisten Vereinen ist es so, dass die Spieler kommen zum Wochenende und gehen dann wieder. Und bei uns ist so, dass die Jungs wirklich das ganze Jahr mitfiebern. Die haben ihre eigene WhatsApp-Gruppe, die sind in den Wochen total untereinander vernetzt, im ganzen Jahr eigentlich. Dann kommen sie immer wieder her und oft kommen auch sieben, acht, neun Spieler, ohne dass sie spielen können. Einfach nur, um die anderen zu unterstützen. Und das macht es, glaube ich, in Mannheim besonders. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, in der Umkleidekabine werden oft Meisterschaften entschieden. Dieses Jahr die Meisterschaft ist definitiv in unserer Umkleide entschieden worden. Herr Marzenl, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft.